Sommer in Deutschland, aber richtig heiß ist's nur in Köln. Willkommen auf dem Nintendo Playground live von der Gamescom. Eure Show mit euren Themen, euren Freunden, euren Stars. Und hier ist euer Gastgeber, Tim Feldner. Hallo Köln, geht's euch gut? Sehr schön, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid auf dem Nintendo Playground. Gamekistenspiel, Schatztruhenkisten, das ist irgendwie gedoppelt. Schatzkisten, Schatztruhen, was auch immer ihr möchtet, Spiel. In einer befindet sich ein Preis. Reiß mal so ein bisschen an. Wir haben gerade gehört, das ist dein zweites Masterschwert. Du hast uns für Mario Kart 8 Deluxe diese Roller gemacht, die super schön waren. Du hast die Splatoon-Garn mitgebracht. Was hast du noch alles so gemacht? Da ist er mit dieser süßen Stupsnase. Sieht so putzig aus. Ich freue mich da richtig drauf, da mehrere Stunden drin zu versinken und auch die ganzen kniffligen Rätsel.